So lernt man, was Knurren heisst. He? Da? Komm schon wieder? Was müsst ihr Lektion 3 machen oder was willst? Also komm rein, die Mami weiss nicht. Den Job musst du machen. Okay. Die Mami hat sich zurückgezogen. Sie fressen. Das Handputzen wäre angefallen. Sie fressen. Nein! Jetzt hält sie das los. Hättest du genug von diesen Kausstangen rum? Du bist jetzt auch schön. Sie nehmen dich. Sie ist ja besser. Sie lernen es. Jeden Morgen kann auch etwas, was du nicht hast. Sondern sage ich dir, du machst das gut. Du machst das gut. Du machst das gut. Respekt lernen. Du bist denn gut? Von Fremden muss man lernen, die Fremden. coast an der Flammons. Vor Punkt dauert70intást. Von Fremden muss man löst aufklarieren. Es ist so schön. Ah! Sie erzieht sie. Sie erzieht sie. Sie erzieht sie. Sie erzieht sie. So lernt sie. So lernt sie, was es heißt, jetzt bin ich erwachsen. Dinh yousupenangih. Dinh yousupenangih. Dinh yousupenangih. Das macht ihm. Lächtsjug endet.